Näh, nur mal. Rackdolls. Gibt auch kein Spiel, wo die vernünftig funktionieren, oder? Hoch. Und noch höher. Ja, das war ganz oben, ne? Die, dass ich jetzt dran vorbeilaufe. Wird mir natürlich nie passieren. Ich bin ja kurz vorm Weltrekord. Ich spiele ja nur mit Absicht so schlecht, damit niemand merkt, dass ich heimlich Speedrun Weltrekord übe. So, Tal der Drachen wollen wir nicht, weil jetzt gehen wir langsam die Möglichkeiten wieder aus, ne? Wobei, ich habe das Feuerdrachenschild. Können wir mal gucken, wie hart das gegen Feuer tatsächlich funktioniert. Muss ich nur kurz überlegen, wie ich hier wieder zu diesem Drachen komme. Weiß ich spontan gar nicht. So, hier wollen wir definitiv nicht weitermachen, ne? Die Geister lassen wir mal schön in Ruhe. Ich könnte natürlich noch die Seele des Zerschmetterlings nehmen. Wie hebe ich mir erstmal auf. Ich weiß ja nicht mal, wie viel viele Seelen sind. Das ist so eine Nichtsaussage. Oh, viele Seelen, ne? Äh. Was? Was? Och komm, tot. Wat? Wieso das denn jetzt? Och komm. Okay, wir verstärken nicht unseren Flakon. So, jetzt habe ich wieder irgendwo Ausrüstung bekommen. Kann man da so scheiß Zeug hier irgendwo mal verkaufen? Nein. Bin ich eben... Ach, das ist ein Baffen, Idiot. Na, noch ein Wanderer, Mann da. Wieso kann ich die gekaufte Rüstung nicht verbessern? Das ist auch so eine Frage. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich so nicht in Ordnung. Ich habe da noch irgendwas bekommen. Was habe ich denn da noch bekommen? Augapfel oder sowas, ne? Äh, irgendwas in der Welt des Feuerhüterinnenmörders. Äh, wie weit bist du wohl? Soll ich das wissen, wie weit ich bin? Okay. Okay. Ich kann das benutzen? Nein. Okay, ich kann es nicht benutzen. Gut. Wir verstärken nicht unseren Flakon. Ah, ich wollte ihn eh nicht verbessern. Äh. Wieso muss ich das jetzt wieder entzünden? Was? Was mache ich denn jetzt? Es hilft mir nicht, Spiel. Keine Ahnung. Ich habe so einen fetten Drachen gekillt. Der Säure gespuckt hat oder sowas. Äh. Ich habe die Glocken geläutet, die erste. So, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja gar nicht mehr speichern. Was ist das für ein Müll? Das kann ich nicht benutzen, ne? Ne, das ginge nicht. Was habe ich noch getötet? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich war beschäftigt mit nicht sterben. Äh. Ja, das kann ich nicht benutzen. Hm. Manche Dinge zu bestimmten Punkten. Das sollte zu tun. Nichts zu tun. Keine Ausführung auf NPCs haben. Auch heute nicht. Ja, toll. Ich kann jetzt nicht mehr speichern. Das ist jetzt gerade so. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem scheiß Auge machen muss. Ich weiß ja nicht mehr, wen ich nicht gekillt habe oder so. Was? Ich habe nur außerdem andere getötet. Äh, ich meine, der ist gestolpert und dann gestorben. Bei dem Monster. Was für Monster? Was für Bosse habe ich noch getötet? Keine Ahnung. Pointmaster war doch dabei. Der kann dir das genau sagen. Ich habe das vergessen. Ja, diese Typen bei der Glocke habe ich getötet. Ähm, er ist jetzt irgendwie scheiße. Ohne jetzt speichern zu können, wäre das dünn. Wo ist überhaupt dieser Typ mit der goldenen Rüstung? Ist der dafür verantwortlich? Ähm, ist das jetzt ein Vogel oder irgendwas anderes? Ich kann ein bisschen Kryptis messen, jetzt noch nichts anfangen. Äh. Und das war hier. Also das geht hier jetzt irgendwo weiter? Oder? Äh. Achso, andere läuft vorher gehen, oder was? Ich dachte, die gehen jetzt alle nicht mehr. Wo soll ich denn das wissen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso gehen andere Leuchtfeuer jetzt, angeblich jeder? Noch. Ähm. Ich könnte... Nee, ich nehme nicht den Weg. Ich nehme da den Weg. Da oben war... War da oben ein Leuchtfeuer? Und was soll mir diese Textaussage sagen? War das der Vogel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was ich hier tue. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die anderen Leuchtfeuer jetzt funktionieren. Was? Das Erste, was mir davon ausgeht, ist, dass jetzt gar keins mehr funktioniert. Okay, jetzt nicht sterben. So, wo war hier ein Leuchtfeuer? Da oben war keins. Da hinten war eins. Das glaube ich, das ist am leichtesten zu erreichen da. Glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Hallo, du. Toll. Wie kann man die überhaupt töten? Die war doch hinter so einem Gitter und alles. Das Spiel lügt doch schon wieder. So, irgendwo hier war doch ein Leuchtfeuer, ne? Toller. Ich werde doch am Leben, wenn ich die Seele früher aufgesammelt hätte. Wieso brennt dann das jetzt? Aber das andere... Muss ich das jetzt verstehen? So, Vidalität vielleicht nochmal. Oder nochmal Stärke einfach. Ja, machen wir mal hier so. Bringen wir erstmal alles auf 20. Ich nehme an, das Tor ist immer noch sehr fest verschlossen. Ja, gut. Die Boss, die du hast, müssten sein Belgarol, Pademon, Gaming Dragon, Moonlight, Fall of Light, Taurus Demon. Keine Ahnung, ich habe die Namen nicht gemerkt. Ich weiß, dass ich diesen Gegner hier unten habe. Ich weiß nicht, ob der als Boss zählt. Dann bis zur Glocke mehr oder weniger alles, was man machen muss. Stimmt, diesen Schmetterling natürlich. Der erstaunlich einfacher war. Diesen scheiß Drachen. Ah, dieser Drache in der Kanalisation. Hatte ich in der Kanalisation alles? Wenn nicht, muss ich halt nochmal hingehen. Als ob ich mir die Namen hätte merken können. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel sterben. Oder nicht sterben, je nachdem. Oh, hier werden kleine Scherben getroppt. Perfekt. So, wo war er? Wie komme ich jetzt am schnellsten wieder zu diesem scheiß Drachen? Miniboss, richtige Bossnamen und Lebensleistung. Und auf dem Bildschirm mit Bossnamen eingeblendet. Okay. Ich verstehe. Kommt ihr runter oder seid ihr nicht dumm genug dafür? Ah, jetzt hat er nicht dumm genug dafür. Da unten... Ne, der Drache war... Ah! Du bist nicht der Drache, aber... Ja gut, es ist eh nicht so wichtig. Der Kerl ist schon wieder gegangen. Das kenne ich. Wo ging es denn da jetzt zum Drachen? Mach mal vorne raus. Dann war da das Leuchtfeuer. Dann konnte ich da gleich hochgehen. War das... Erinnere ich mich da richtig? Oder erinnere ich mich da jetzt falsch? Der Kerl ist eh schon wieder gegangen. Weil... Leute gucken die Scheiße, die ich mache, nicht. Ähm... Ah, stimmt. Hier war dieser Typ, dieser... Was auch immer so. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oder? War das? Ja. Ich sehe nicht irgendwo der Drache. Da ist der Drache. Sehr gut. Gucken wir mal, wie viel dieses Schild tatsächlich gegen Feuer hilft. Wahrscheinlich nicht genug, um den zu töten, aber... Versuch macht klug. Äh, hallo Ratten. Nein. Normale Menschen bleiben nicht in meinem Stream. Nur so komische Leute, die, keine Ahnung, Delfinio... ...bleiben in meinem Stream länger. Ähm... So, irgendwo da vorne war auch das Loch. Diese ganz schönes Rüstungen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, jemals in diesem Spiel irgendwas zu verkaufen? Äh, ich soll immer alles in meine Kiste stopfen, was ich nicht unbedingt brauche. Ähm... Irgendwo hier war doch der Weg... ...zum Leuchtfeuer. Da, perfekt. Ich weiß so, wo ich langen muss. Ich habe nicht gegenseitig da, wo ich langen muss. Ähm... Ich muss ans Leuchtfeuer. Bodenlose Kiste. Na, den Scheiß behalte ich mal. Der ist auch nicht so wichtig. Okay, das kann weg. Äh... Alles in die Kiste einlegen. Äh... 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 Legst du das dann da auch wirklich rein? Also... Okay, ähm... Oh, wow. Meine zerbrochene Schwerzsammlung. Sehr beeindruckend. Waffen stapeln wäre ja auch irgendwie unsinnig. Wofür, ihr müsstet Waffen stapeln. Riesencoil, wo habe ich die denn her? So, eine Bade wollen wir nicht. Äh... Armbrust heben wir mal auf eine. Ja, das Schild brauche ich glaube ich nicht. Auch nicht. Nee. Zielschild. Okay, habe ich mehrere. Kann nicht so toll sein. Ach, der Scheißer Ritterschild. Das Drachenwappenschild. Adlerschild. Kann weg. Wunderschön. Ähm... Also laut Twitch sind rund 30 Leute, beziehungsweise ein Bot im Chat. Ja, das ist... Das ist... Das ist eine Lüge, die dir Twitch erzählt. Habe ich diese Elite-Ritter-Rüstung schon länger? Heinz, wann sie von 11? Äh, die soll ich vielleicht nochmal kurz... Äh... Das... Die Elite-Ritter-Scheiß, lass ich vielleicht mal kurz draußen noch. Aber ich muss die Mimste mal ausleisen, sonst... Ich finde hier überhaupt nichts mehr. Ich komme gar nicht mit, wenn ich irgendwas Tolles finde, weil... Nein, nein, nein. Das... Also... Also ausgerüstetes Zeug kann ich gar nicht ablegen, okay. Äh... Wieso kann ich diese gekaufte Rüstung nicht verbessern? Was soll denn, willst du überhaupt? Oh, Junge. Nein, der gute Sack. Aber abgesehen davon, die Ergebnisse, die ich am Schluss von Twitch angezeigt komme, die... Elite-Ritter-Gamaschen... Ja, das sollte man... Die sollte man sich vielleicht mal überlegen. Elite-Ritter-Stulpen... Ja, das ist die hintere Sachen, sind so ein bisschen kacke. Äh... Ritter-Helm kann ich noch mal vergessen. Elite-Ritter-Rüstung ist auch kacke. Äh... Botenlose-Kiste... Oh Gott. Ja. Ich meine, hier angebe ich auch schon mal irgendwie 30 Abonnenten in einem Stream. Wenn sich die Gesamtzahl der Abonnenten halt um Null erhöht hat. Von daher... Gernst du das einfach wegschmeißen, was da im Chat angezeigt wird irgendwo. Ja, der hat immer noch mal angeschrieben. Mir freut sich, dass ich die Iggy vorgechlagen habe. Ja, fickt euch alle hier, Wichse. Na toll, jetzt kommt auch noch AMX. Bei der ist immer schlimmer. Ich habe ja nichts zu tun, Leute. Das ist Weihnachten. Geht so oder Familie oder sowas. Hallo? Kann ich die bodenlose Kiste in die bodenlose Kiste legen? Brauche ich die Schlüssel noch? Ja, die hebe ich lieber auf. Habe ich noch irgendwas, das ich weglegen könnte sonst? Äh... Nee. So, wenn diese Balder-Gemaschen hättest du noch dabei. Wenn schon ablegen, dann alles. Hallo? Nicht mal, dass Scrollen funktioniert richtig. So, jetzt kriege ich vielleicht überhaupt mal wieder mit, wenn ich was ablege. Was macht der Auge ab? Wie hast du denn bekommen? Ich habe keine Ahnung, was der Augeapfel macht. Und ich habe ihn bekommen, indem ich die Leiche geplündert habe von der Feuerseelenhüterin. Die lag da tot rum. Habe ich einfach mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich kann ihn nicht benutzen. Ist ein nicht benutzbarer Gegenstand. So, äh, Schild wechseln wir mal. Das war doch das, ne? Wird es jetzt Feuer schaden beträchtlich? Ich hoffe, dieses beträchtlich bedeutet hier auch was. Wahrscheinlich nicht. Muss ich das dazu ausgerüstet haben? So, lieber Drache, kill mal die ganzen Gegner hier. Äh, ich sehe nichts. Danke. Muss ich das so auspacken? Ich weiß es nicht. Natürlich kriege ich da wieder neue Helme. Ah, ich muss es auch. Ah, okay. Ich kann, ich fall um. Ah, alles klar. Darf ich mal aufstehen? Lust. Äh, ich kann nicht. Ich, ich, na. Ah, ich sehe schon. Damit, das wird funktionieren, was ich vorhabe. Einer, zwei, drei. Wie viele Jahre? Mal wieder Glockenze und zwei gespielt. Ich platt.